Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, ich habe kürzlich ein Video über das PCV-Ventil gemacht, ein Fehler, der dazu führt, dass es blockiert bleibt und ein Überdruck im Motor auftritt. Ich werde Ihnen den Link zu diesem Video hinterlassen, das habe ich getan, aber es gibt einen anderen Fehler, den dieses Ventil verursachen kann, und das ist, dass das Ventil ausfällt und offen bleibt, was hier das Gegenteil wäre. Dieses Ventil geht hier, dies ist der Ventildeckel oder Kipphebeldeckel. Das wäre, ich ein weiteres Fotonam, hier sieht es viel klarer, dies ist das Ventil, gibt es verschiedene Arten, ok, das ist das PCV-Ventil, was passiert, wenn dieses Ventil geöffnet bleibt? Das Problem, das hier passiert, ist, dass, sobald Sie den Startfahrzeug, die Luft wird eingelassen und beginnt dann durch den Einlass auch die Gase, die Dämpfe, die sich im Motor im oberen Teil des Motors befinden, zu ziehen, die Funktion dieses Ventils besteht darin, den Druck zu steuern. Es gibt einen Moment, da ist Überdruck im Motor und dieses Ventil öffnet und gibt einen Teil. Dieser Gase frei, wenn das Ventil kaputt geht und offen bleibt, saugt es diesen Dampf und auch das Öl an. Es beginnt das Öl anzusaugen und dann werden Sie sehen, dass blauer Rauch aus dem Auspuff kommt. Es riecht auch nach Öl und das Problem kann wie gesagt perfekt von diesem Ventil kommen. Wie wird die Kontrolle gemacht? Kontrollierst du, indem du den Öldeckel abnimmst. Den Öldeckel öffnest, die Hand nimmst und du wirst Saugen nach innen bemerken. Noch einen Test. Noch einen Setzen. Sie drehen den Stopfen und ziehen den Ölmissstab heraus. Sie ziehen ihn 2 oder 3 cm heraus. Und Sie werden sehen, wie er wieder versucht, ihn aufzunehmen, wieder einsteckt. Und Sie wissen, dass er genau hergestellt wird durch diese Sogwirkung des Einlasses. Du weißt, wenn der Zylinder abgesenkt wird, erzeugt er Luftansorgung und auch wenn das Ventil beschädigt und geöffnet ist, saugt es direkt die Dämpfe und das Öl von hier ab. Naja, ja, ich hoffe, dass dieses Video einige von Ihnen verdeutlichen wird. Zweifel und gut, wenn ja, vergiss nicht, den Kanal zu mögen und zu abonnieren.